Gab es nun Hetzjagden in Chemnitz oder gab es sie nicht? Diese Frage stellt sich Deutschland seit Tagen und heute haben wir quasi amtlich die Antwort aus dem Kanzleramt erhalten. Es gab sie nicht. Ich hatte eine Anfrage gestellt an die Bundesregierung, auf welcher Basis der Regierungssprecher Seibert und auch die Kanzlerin selbst von Hetzjagden und Zusammenrottungen gesprochen hat. Und diese Basis ist weniger als schmal. So muss Regierungssprecher Seibert quasi zerknirscht schreiben in seiner Antwort. Er berief sich seinerzeit auf Schilderungen in den sozialen Medien und auf ein Video, das wir alle kennen. Ein Video von Antifa-Zeckenbiss, also offensichtlich von einem linksextremen Absender. Da bleiben wir wirklich verblüfft zurück. So arbeitet die Bundesregierung. Basierend auf Gerüchten hat sie die Chemnitzer Bürger verunglümpft und ganz Sachsen verunglümpft. Das ist wirklich unglaublich. Und man muss auch die Folgen ins Auge nehmen. Denn mit diesen Aussagen hat Frau Merkel bewirkt, dass eine ganze Lawine falscher Berichterstattung losgelaufen ist. Es gab dann de facto eine Hetzjagd. Eine Hetzjagd auf die Chemnitzer Bürger, die zu Hunderten friedlich demonstriert haben in ihrer Stadt und für ihre Stadt. Das ist wirklich unfassbar, wie weit es gekommen ist. Ja, es hat vereinzelt Übergriffe gegeben, aber eben keine Hetzjagden. Und das muss jetzt deutlich klargestellt werden. Und Frau Merkel steht in der Verantwortung, jetzt wirklich öffentlich zurückzurudern und sich bei den Chemnitzern dafür zu entschuldigen. Wie aus Kübeln ist es auf die Chemnitzer hereingeregnet. Und das Bild muss deutlich von oben korrigiert werden. Es sind falsche Aussagen von Frau Merkel gewesen. Und das muss sie jetzt öffentlich klarstellen. Das ist ihre Aufgabe. Ansonsten sollte sie ihren Job als Kanzlerin Deutschlands an den Nagel hängen. Denn die Reputation eines Kanzlers hängt natürlich an seiner Glaubwürdigkeit.